Es war extrem. Es war mein 30. Geburtstag. Ich bin als erster Starter sozusagen rausgegangen, Donnerstag morgens um 6.30 Uhr. Ich durfte den ersten Ball schlagen in der Open Championship und war meine erste Open. Also ich war sehr, sehr aufgeregt, aber ich glaube, dass es mein 30. Geburtstag war. Runder Geburtstag war natürlich dann eine Sache, wo man den Druck vielleicht auch ein bisschen links liegen lässt. Und es war eine extrem schöne Erfahrung und hat super viel Spaß gemacht, mich dann auch selber auf dem Leaderboard zu sehen. St. Andrews, sage ich mal, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Auch selbst wenn wir die Donnerlings spielen, was jetzt kein Major ist. Aber jedes Mal, wenn man von Canoes oder Kingsbahns wieder runter nach St. Andrews kommt, das ist eine ganz extreme und ganz bestimmte Atmosphäre hier unten. Und die ganze Historie, sage ich mal, die dahinter steckt, wenn man auch mal ins Clubhaus schaut, das ist schon etwas ganz Besonderes, das hat man bei anderen Majors nicht so. Dass man die Clarit-Jug beim sich immer anschaut, wie schön das alles eingraviert ist und sowas. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe mich sehr gewundert, dass wir so wenig RAF haben. Dementsprechend werden die Farbenpositionen wahrscheinlich sein und das kann man in St. Andrews wirklich sehr, sehr tricky machen. Man sieht bei der Donnerlings, weil wir ja mit Amateuren spielen, dass man die Fahnen relativ einfach steckt, wo jeder hinkommt. Bei der Open Championship werden die Fahnen auf kleinen Plateaus stecken, wo es extrem schwer wird hinzukommen. Man muss ja gut packen, man muss lange Patzloche um Birdies zu machen. Und man kann nicht, sage ich mal, diese normale Strategie fahren, dass man einfach links auf den ersten und irgendwo aufs Fairway haut. Weil wenn die Fahne links auf dem Plateaus steht, kommst du nicht mehr hin. Dementsprechend muss man schon die Abschläge sehr, sehr präzise und genau in die Ecken legen, damit man zur Fahne kommt und die Bunker halt vermeiden. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil für die European Tour Spieler, weil wir den Platz so oft gespielt haben. Großartige Kursmanagementänderungen werden wir sowieso nicht vornehmen. Man weiß, welchen Schläger man vom Team nimmt. Man wird sich natürlich dann auf die Farbenposition ein bisschen einstellen. Da geht man vielleicht ein bisschen mehr Risiko ein, dass man mehr in die Ecke Richtung Bunker schlägt. Aber großartige Änderungen werde ich dann nicht vornehmen. Ich habe einen neuen Mentalcoach, mit dem werde ich so, sage ich mal, die ein, zwei Problemlöcher, die es dir gibt, wie die 17 zum Beispiel, etwas angehen, dass man da positiv am Abschlag steht. Und ansonsten werde ich da meine ganz normale Routine durchziehen. Wir haben ja unseren Wettermann auf der Tour, der uns den genauen Forecast immer gibt. Das haut leider nicht immer ganz hin. Gerade hier in Schottland weiß man ja nicht wirklich, was so alles passiert mit dem Wetter. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Caddy gut vorbereitet ist, genügend Handtücher drin hat. Und man muss natürlich auch, also ich bin niemand, ich kann mit Regenjacke nicht so gut spielen. Ich habe dann lieber ein, zwei oder drei Layers unten drunter und habe dann eine ganz leichte Regenjacke an. Der Caddy muss die Schläger trocken halten, das ist das A und O. Und wenn man mal ein bisschen nass wird, das ist eigentlich wurscht. Hauptsache die Hände und die Griffe sind trocken und dann habe ich da grundsätzlich kein Problem mit. Martin hat die US Open und PGA gewonnen, Bernhard die Masters. Das ist natürlich, ich sag mal, die Open Championship wird, glaube ich, für Deutschland und Europa natürlich noch etwas ganz anderes Stellenwert haben. Ich habe jetzt gestern Wimbledon geschaut. Die Atmosphäre, die da ist, ist unfassbar. Es ist unglaublich schön, die ganze Historie, die dabei auch wieder im Spiel ist. Und es ist das Gleiche wie bei dem Turnier. Und das wäre, glaube ich, etwas, was in Deutschland, glaube ich, schon nochmal die Sachen nach vorne bringen könnte. Ich glaube, um die Emotionen in Deutschland wirklich mal ans Boden zu bekommen, wäre es super wichtig, dass wir den Ryder Cup bekommen. Solan Cup ist natürlich schon eine super Sache. Ryder Cup ist natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen. Ich glaube, dass wir es verdient haben, in Deutschland wirklich den Ryder Cup zu haben. Und ich hoffe, dass die Verantwortlichen alles richtig machen werden, dass wir ihn auch bekommen. Und ja, das wird dann auf jeden Fall, glaube ich, einen Riesenschub geben in Deutschland, weil die Kiddies dann vielleicht auch mal die Emotionen mitnehmen. Das ist was anderes. Also im Ryder Cup, da wird richtig gejubelt, das ist ein richtiges Festival. Und das sieht man sonst im Golf nicht so wirklich. Dementsprechend glaube ich, dass das eine super Sache wäre.